Hey und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns mal eine mögliche Apple Airpods Alternative anschauen. Ob sich hier ein Kauf lohnt und wie sie sich so am Eichda gemacht haben, darum geht es im Video. Also, los geht's! Hierbei handelt es sich genau gesagt um die Zodo Liberty. Das Ganze ist eine Tochterfirma von Anker. So sieht die Box aus, finde ich persönlich wirklich sehr, sehr cool schon mal. Und da schauen wir jetzt als erstes einmal rein. Hier haben wir zum einen die Innekopfhörer samt einer Ladeschale, ein Micro-USB-Ladekabel, was auch sehr qualitativ hochwertig ist, verschiedene Ohrpaarstücke und eine Bedienungsanleitung. Kurz vorweg nochmal, ich habe mir so im Oktober letzten Jahres die Apple Airpods gekauft und bin auch wirklich sehr zufrieden damit. Allerdings sind diese immer noch relativ teuer. Man kriegt sie vielleicht für 130, 140 Euro irgendwo in meinem Angebot. Aber meistens kosten sie doch deutlich mehr. Und da bietet es sich natürlich an, nach einer Alternative zu gucken, die vielleicht genauso gut ist oder vielleicht besser ist. Und darum wollen wir uns in diesem Video einfach mal die Zodo Liberty etwas genauer anschauen. Die Ladeschale ist etwas größer als die der Airpods. Hier nochmal im direkten Vergleich. Ist jetzt meiner Meinung nach aber jetzt nicht so ein großer Kritikpunkt. Was ich hier bei den Apple Airpods richtig cool finde, ist, man nimmt sie aus der Ladeschale raus und sofort koppeln sie sich mit dem iPhone. Und genauso ist es mit den Zodo Liberty auch. Ich kann sie jetzt, nachdem ich sie das erste Mal gekoppelt habe, einfach aus der Ladeschale herausnehmen und sofort ist die Verbindung mit dem iPhone oder jeweiligen Smartphone aufgebaut. Das geht auch wirklich sehr, sehr schnell. Und Verbindungsprobleme hatte ich jetzt beim Einrichten als auch beim Nutzen im Alltag bis jetzt keine einzigen. Was hier auch wichtig ist, wie sitzen die Kopfhörer im Ohr? Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit den Standardaufsätzen, wie sie geliefert wurden, sitzen sie bei mir wirklich echt perfekt im Ohr. Es gibt natürlich auch verschiedene Aufsätze. Man sollte es auf jeden Fall mal ein bisschen austauschen und gucken, welche Aufsätze sind besser, welche sind nicht so gut. Denn ein optimaler Sitz im Ohr ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und macht auch klanglich noch einiges aus. Die Ladeschale ist aus Kunststoff hergestellt, aber dennoch wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Hier kann man einfach die Ineas reinlegen und schon werden diese aufgeladen. Finde ich persönlich wirklich sehr, sehr praktisch. Genauso auch wie bei den AirPods. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie lang kann man jetzt Musik hören? Am Stück kann man dreieinhalb Stunden, beziehungsweise drei, dreieinhalb Stunden Musik hören. Und wenn man die wieder in die Ladeschale packt und zwischendurch ein bisschen auflegt, dann kann man bis zu 24 Stunden Musik hören. Ist also auf jeden Fall einiges. Im Vergleich zu den AirPods sind die Solo Liberty zwar minimal schlechter, aber dennoch hat man hier echt gute Akkulaufzeiten. Was ich persönlich wirklich sehr, sehr praktisch finde, ist, dass man jetzt hier rüber auch die Musik steuern kann über die Kopfhörer. Das ist bei den AirPods ja nur bedingt möglich. Entweder kann man Siri aktivieren oder man kann jetzt das Lied pausieren. Aber man kann jetzt die Lautstärke ändern oder zunächst nur vorherigen Lied wechseln. Finde ich persönlich so ein bisschen schade. Es geht dann nur über das iPhone. Bei den Solo Liberty ist es aber möglich. Hier kann man jetzt Siri aktivieren. Man kann Anrufe entgegennehmen. Da hört man allerdings nur auf der rechten Seite den Gesprächspartner. Finde ich ein bisschen schade. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, zum nächsten oder vorherigen Lied zu springen und die Lautstärke natürlich anzupassen. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Funktion. Kommen wir nun nochmal zum Sound. Das ist ja auch eines der wichtigsten Punkte. Ob man sich nur eine Kopfhörer anschafft oder eben nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Sound ist sehr klar gehalten. Die Höhen und Bitten sind sehr gut aufeinander abgeschirmt und auch noch sehr prägnant. Allerdings der Bass könnte meiner Meinung nach noch etwas stärker sein. Das finde ich bei den AirPods etwas besser abgestimmt. Dennoch als Sound Gesampe geht, hat es mich auf jeden Fall sehr überzeugt. Kommen wir nun zum Fazit des Ganzen. Man bekommt mit den Solo Liberty wirklich eine echt gute Alternative im Vergleich zu den Apple AirPods, da die doch wirklich noch deutlich teurer sind. Diese kosten hier knapp 90 Euro bei Amazon. Es gibt auch eine Plus-Variante, da hat man dann noch so ein paar mehr Funktionen. Ich verlinke euch einfach mal beide Varianten unten in der Videobeschreibung. Die ist aber noch ein bisschen teurer. Aber also einem, wer etwas Geld sparen möchte und jetzt nicht unbedingt die Apple AirPods aufgrund des Designs oder der Funktion braucht, kann auf jeden Fall beruhigt auch zu den Solo Liberty greifen. Von mir auf jeden Fall eine ganz klare Kaufempfehlung. Mich haben sie im Test auf jeden Fall überzeugt. Das soll es dann auch schon wieder von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen oder mich hier unten abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann. Macht es gut. Ciao.